FALTER-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTER-Radio. Der Journalist und Kabarettist Florian Schäuber ist wegen übler Nachrede schuldig gesprochen worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, aber es wirkt einiges an Staub auf. Denn geklagt hat den Journalisten niemand geringerer als der Direktor des Bundeskriminalamtes Andreas Holzer. Und all das hat mit der Pressefreiheit zu tun und mit den Ereignissen im Vorfeld des Ibiza-Videos. Auseinander dröseln wird uns die Causa-FALTER-Chefredakteur Florian Klenk. Hallo. Hallo. Florian Schäuber ist ein Kollege im FALTER. Muss man dazu sagen, er schreibt im FALTER im Standard. Im Standard ist auch der inkriminierte Text erschienen. Wir kommen gleich auf die Details. Im FALTER gestaltet Schäuber einen eigenen Podcast, der sehr erfolgreich ist mit dem Titel Schäuber fragt nach und Florian Klenk tritt häufig auf mit Schäuber zu Talkshows vor Publikum über die Wirrungen der heimischen Innenpolitik. Das muss auch gesagt werden. Florian, 7.000 Euro Strafe hat Florian Schäuber bekommen. Das erscheint auf den ersten Blick nicht so wahnsinnig schwer. Trotzdem ist das ein Urteil, das ziemlich viele Menschen beunruhigt in der Medienwelt in Österreich. Also ich muss jetzt auch auflegen, ich bin befreundet mit Florian Schäuber. Ich mache seit zehn Jahren mit ihm immer wieder Auftritte, in denen wir die Skandale der Republik einerseits erzählen, aber auch satirisch überhöhen. Also das Handwerk des Florian Schäuber besteht darin, aus wahrheitsgemäßen Vorgängen satirische Überhöhungen zu machen und sich lustig zu machen. Und er hat eine Kolumne im Standard, die auch in Buchform jetzt veröffentlicht wurde, im Schollner Verlag. Und da hat er geschrieben, dass der Julian Hessenthaler, der Mann, der das Ibiza-Video gemacht hat, dass dem ein Denkmal gebaut werden soll. Und man solle aber nicht nur dem Julian Hessenthaler ein Denkmal bauen, sondern auch dem jetzigen Kripo-Chef und damaligen UK, organisierte Kriminalitätermittler, Holzer. Und zwar hat er gesagt, weil aufgrund der, und jetzt zitiere ich, den verurteilten Satz von Schäuber, das ist jetzt nicht der Satz, den wir uns zu eigen machen, das ist wichtig, sonst sind wir auch gleich dran, aufgrund der rätselhaften Untätigkeit und der Arbeitsverweigerung des Kripo-Chef Holzer sei es überhaupt dazu gekommen, dass der Hessenthaler dieses Video gemacht hat. Und das ist die üble Nachrede, diese vier Worte. Rätselhafte Untätigkeit, folgenschwere Arbeitsverweigerung. Genau, folgenschwere Arbeitsverweigerung. Warum hat er das gesagt? Weil Jahre bevor das Ibiza-Video gemacht wurde, kam der Anwalt Ramin Mirfakei, das ist der Anwalt, der hinter dem Ibiza-Video steckt, ist zum Herrn Holzer hingegangen und hat ihm laut Angaben des Mirfakei gesagt, dass es Beweise gebe für eine mögliche Korruption von Strache. Für Hinweise auf Mandatskauf, Hinweise auf Drogen, auf Spesenabrechnungen. Und er, der Mirfakei, habe einen Mandanten, der dafür Beweise liefern könnte. Das war vor bald zehn Jahren, 2015. Genau. Und dieser Zeuge, den wollte der Anwalt jetzt noch nicht bekannt geben, aber gesagt, ich habe da jemanden, der kann euch Informationen geben. Und dieser Zeuge, das wissen wir heute, war der Oliver Rieberich. Der Oliver Rieberich ist der Leibwächter des Heinz-Christian Strache gewesen. Und der Oliver Rieberich war Polizist beim Landesamt für Verfassungsschutz und der hat der Polizei nicht vertraut. Und es ging mehr oder weniger darum, wie kann man ihr diesen Zeugen dazu bringen, seine Informationen herzugeben. Und jetzt sagt der Herr Holzer... Und die Information noch, da sind Säcke mit Geld... Säcke mit Geld, es gäbe Fotos, wo man... Im Fonds des Autos. Es gäbe diese Fotos, die man dann auch später tatsächlich gesehen hat. Also der ist dort hingegangen. Und jetzt gebe ich mal die Sichtweise des Herrn Holzer wieder. Der sagt, da kommt irgendein Anwalt, behauptet was und ich soll jetzt ermitteln. Und dieser Anwalt, ich habe den eher ein paar Mal versucht zu erreichen, aber leider hat er sich nicht gemeldet. Und er hat mich auch beschimpft. Und wir haben das der Staatsanwältin gemeldet. Und die Staatsanwältin hat das Verfahren eingestellt. Und zwar nach dem berühmten Paragrafen 35c. Also die sagt, es ist nicht einmal ein Anfangsverdacht da. Also die haben das Verfahren gar nicht aufgenommen. Trotz der Fotos mit dem vielen Geld... Die Fotos, das ist jetzt schrittig, es wurden die Fotos gezeigt. Der Holzer sagt, sie wurden nicht gezeigt. Der andere sagt, es wurde gezeigt. Jedenfalls wurde das Verfahren eingestellt. Und dieser Sachverhalt ist später im U-Ausschuss öffentlich geworden. Und es gab einen Zeit-in-Bild-Beitrag dazu, wo sich der heutige Rechtsanwalt Georg Krakow, das ist der Ankläger in der Paragrafenie gewesen, und der ist Chef von Transparency International, der wurde dazu interviewt. Und dieser Georg Krakow hat gesagt, der ein ausgewiesener Antikorruptionsexperte ist, und der hat gesagt, das ist schon sehr merkwürdig, dass die Staatsanwaltschaft hier kein Verfahren eingeleitet hat. Weil das ist ein Anfangsverdacht, da muss man ermitteln, da muss man Zeugen einvernehmen, da muss man ausrücken, da muss man was tun. Und aufgrund dieses Zeit-in-Bild-Beitrags schreibt Schäuber den Artikel und sagt, wenn der Holzer damals ermittelt hätte, dann hätte es kein Ibiza-Video gegeben. Dann hätten wir vielleicht in Strache ein Dingfest gemacht, aber es wäre nicht zum Ibiza-Video gekommen. Und aufgrund dieser rätselhaften Untätigkeit des Herrn Holzer, soll man ihm ein Denkmal geben. Und das rätselhaft ist natürlich schon, das ist eine Wertung auch. Das ist eine Bewertung, und jetzt sagt Schäuber, das ist die Bewertung eines Sachverhaltes. Und jetzt ist er vom Herrn Holzer in einer Privatanklage angeklagt worden, also nicht nur ein Medienverfahren, sondern auch Schäuber selbst. Und das Erstgericht hat im Landesgericht gesagt, Freispruch für Schäuber, das ist eine politische Wertung. Ein Kabarettist und ein Kripo-Chef führen eine öffentliche Debatte. Der Kripo-Chef ist oft in die Medien gegangen. Er hat in der Kronenzeitung das Ibiza-Video, als sie es gefunden haben, vermarktet. Er hat Interviews gegeben in der ZIP. Das ist nicht irgendein kleiner Dorf-Gendarm, sondern der Herr Holzer ist eine Person des öffentlichen Interesses und der muss Kritik aushalten. Und diese Kritik, die gab es ja auch im Fernsehen. Der Herr Krackhofer hat den Vorgang kritisiert. Und der Herr Schäuber hat sich auch seine Meinung gebildet und hat die in dieser Kolumne, die einerseits journalistischen Grundsätzen entsprechen muss, ich kann auch in einer satirischen Kolumne einfach irgendwas behaupten, die hat er halt satirisch überhöht und das ist im Rahmen einer Public-Debate zulässig und hat Schäuber freigesprochen. Das war aber ein anderes Gericht als das jetzige Gericht. Nein, das war das Landesgericht für Strafsachen Wien im Juni 2022. Ein anderer Richter. Genau, ein anderer Richter. Dagegen hat der Herr Holzer Berufung eingelegt und ist an das Oberlandesgericht gegangen. Und das Oberlandesgericht hat jetzt gesagt, nein, nein, dieser Satz, rätselhafte Untätigkeit, ist zu verstehen als absichtliche Untätigkeit, als wissentlicher Befugnismissbrauch. Schäuber wirft dem Holzer vor, wissentlich seine Befugnismissbrauch zu haben, wissentlich falsche Aktenvermerke angelegt zu haben und wissentlich, dass er das nicht darf, die Arbeit verweigert zu haben, er wirft ihm Amtsmissbrauch vor. Und für diesen Vorwurf biete Schäuber keine Tatsachensubstrate. Daher ist diese Meinung, die er darauf baut, unsachlich. Das heißt, das Oberlandesgericht macht aus der rätselhaften Untätigkeit eine absichtliche Untätigkeit und interpretiert die Worte von Schäuber in der schlimmsten möglichen Variante. Sagt das Publikum, versteht das so. Und damit kommt das ganze Verfahren neu an die erste Instanz. Und die ist jetzt in der ersten Instanz mit diesem Schuldspruch abgeschlossen worden. Genau. Und jetzt sagt das Oberlandesgericht, ich hebe jetzt das Urteil auf und verweise es zurück an eine Richterin. Und dort sitzt jetzt eine Richterin, die den Florian Schäuber komische Fragen stellt. Sie sagt zum Beispiel, welche politische Meinung vertreten Sie? Welche politische Richtung wählen Sie? Du warst beim Prozess dabei? Ich habe die Protokolle gelesen. Ich kann das vielleicht kurz, damit man mal so ein Gefühl kriegt, ich lese das einmal kurz vor, dass man mal so ein Gefühl kriegt, wie dieser Prozess läuft. Sie sagt zum Beispiel, was interessiert Sie an der Politik oder für wen sind Sie in der Politik? Und er sagt, ich habe ein sehr breites Spektrum. Ich habe zum Beispiel schon ein ganzes Theaterstück nur über die SPÖ geschrieben, indem wir uns über diese politische Partei lustig machen. Das heißt, ihrer Ansicht nach sind Sie politisch nicht zuordnenbar. Und sagt er, nein, wie lange veröffentlichen Sie denn Beiträge? Regelmäßig, wie kommen Sie zu Ihren Inhalten? Wie kommen Sie dazu? Und dann geht es in der Verhandlung die ganze Zeit um die Frage, dass die Richterin fragt, na was hätte denn der Herr Polizist mit dem Hinweis tun sollen? Und der Schäuber sagt, na ja ermitteln. Den vorladen als Zeugen, ihn befragen. Das ist, was man halt tut als Polizist. Und er sagt, ja, wie stellen Sie sich das vor? Der kann ja den Anwalt nicht laden. Das ist ja ein Anwalt. Der beruft sich ja auf das Anwaltsgeber. Und er sagt, ja, aber er kann es ja versuchen. Und er könnte vielleicht die Freundin vom Strache fragen oder den Strache fragen oder eine Umfeldrecherche machen. Und die Richterin fragt ihn immer mehr, ja, aber wie stellen Sie sich das vor? Der kann doch das. Sie werfen ihm da absichtliche Untätigkeit vor. Und der Schäuber sagt, ich habe ihm nie absichtliche Untätigkeit vorgewerfen. Er hat gesagt, rätselhafte Untätigkeit. Und dann sagt die Richterin, ja, warum glauben Sie, hat er denn nicht ermittelt? Und der Schäuber sagt, das weiß ich nicht. Das ist ja das Rätsel. Wir wissen es nicht. Vielleicht, weil er faul war. Vielleicht, weil er nicht wollte. Vielleicht, weil er korrupt war. Vielleicht, weil sie mir an dem Tag nicht gefreut hat. Vielleicht, weil er unfähig war. Wir wissen es nicht. Und das alles vor dem Gericht? Vor dem Gericht, so. Und daneben sitzt der Chef, der oberste Polizist der Republik und führt jetzt diesen Strafprozess gegen einen Kabarettisten, gegen einen Künstler. Und der Künstler muss sich auf einmal gegen eine Interpretation eines Textes wehren, die er selbst nie so wollte. Das heißt, das Gericht unterschiebt ihm einen Bedeutungsinhalt, wo er selber sagt, das habe ich weder geschrieben noch gemeint. Das ist die Argumentation auch der Verteidigung. Und die Richterin sagt, kann schon sein. Und ich habe das Gefühl gehabt, heute die Richterin hätte ihn eigentlich freisprechen wollen. Aber die Richterin hat gesagt, nur dass sie es wissen, ich muss mich an das Urteil des Oberlandesgerichts halten. Das Oberlandesgericht gibt mir vor, wie ich diesen Sachverhalt zu beurteilen habe. Und ich darf ihnen nicht das Recht der freie Meinungsäußerung zubelegen. Das heißt, diese Richterin war eigentlich, das steht so im Gesetz, sie muss das machen, aber die Richterin war eigentlich nur eine Art sozusagen verlängerter Arm des Obergerichts. Aber wie kann das sein, dass man jemandem nicht das Recht der freie Meinungsäußerung zubelegt? Das ist eine merkwürdige Rechtsprechung. Richtig, weil das Obergericht sagt, er hat ihm einen Amtsmissbrauch vorgeworfen und dafür hat er keinen Beweis, weil als er wissentlich das Amt missbraucht hat, das kann der Schreiber nicht beweisen. Woraufhin der Schreiber sagt, das habe ich auch nie vorgeworfen, sondern das ist nur, das unterschiebt sie mir, damit ihr mich verurteilen könnt. So, und dort stehen wir jetzt und jetzt muss er 7.000 Euro zahlen, 3.000 Euro muss der Standard zahlen, also 10.000 Euro. Dazu kommen die Prozesskosten, die wahrscheinlich auch nochmal 10.000 Euro sind. Das heißt, wir sind dabei ungefähr 20.000 Euro. Das wird wahrscheinlich der Standard übernehmen, aber es ist doch eine ganz deutliche, empfindliche Buße für eine Glosse eines Kabarettisten, der sich ein bisschen lustig macht über einen Kriminalbeamten. Das ist aber noch nicht ganz durch. Das kann natürlich jetzt in Berufung gehen. Jetzt geht Schreiber in die Berufung. Fängt das Ganze wieder von vorne an? Jetzt geht das wieder zum Oberlandesgericht. So, und im Oberlandesgericht entscheidet jetzt ein anderer Senat. So, und die Hoffnung des Florian Schäuber ist, dass dort ein medienfreundlicheres Senat sitzt, der diesen Fall im Einklang mit der Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte pressefreiheitsfreundlicher oder kunstfreiheitsfreundlicher interpretiert. Ist das nur eine juristische Posse, vielleicht ein Fehlurteil, etwas für das Kabarett? Es gibt ja auch viel Kabarett über juristische Fehlentscheidungen. Oder ist das eine Entscheidung, die Verurteilung des Schäuber, die doch darüber hinausgeht? Ich glaube, es ist ein Fall, der sehr genau beobachtet werden muss, weil er doch eine gewisse Abkehr hat von einer Pressefreundlichkeit der Gerichte, die sich in den letzten 20 Jahren dank der Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte etabliert hat. Was ist passiert? Wir erinnern uns, vor 20 Jahren, die Älteren von uns hat die FPÖ unter Jörg Haider und dem damaligen Anwalt Dieter Böhmdorfer und einem gewissen Michael Rami, der war damals sein Konzipient, heute ist ein Verfassungsrichter, ist ein bisschen abgeklärter heute, die haben damals wahnsinnig viele Leute verklagt. Wir erinnern uns, der Anton Bellinger ist verklagt worden, der Johannes-Mario Simmel ist verklagt worden, der Falter ist irgendwann mal verklagt worden, weil wir eine Karrikatur abgedruckt haben, die Jörg Haider als Teufelchen gezeigt hat und er hat gesagt, wenn wir ihn als Teufelchen zeigen, dann unterstellen wir ihm das absolut Böse. Und da gab es damals einen Richter, der hieß Ernest Maurer, das war der Ehemann von der späteren Bundeskanzlerin Bierlein, der hat die Medien alle verurteilt. Und die Medien sind alle nach Straßburg gegangen, auch Wissenschaftler, Forscher und haben gesagt, das ist ein Chilling-Effekt. Damals war die EU-Sanktion und da kamen die drei Weisen, vielleicht dahinter ist du dich noch. Und die sind damals gekommen und haben gesagt, Moment mal, das geht nicht, was ihr da macht. Sie können es nicht, die freie Meinungsäußerung in dieser Weise planieren. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat dann die österreichischen Gerichte belehrt und hat gesagt, Vorsicht, ihr schränkt die Pressefreiheit ein. In der öffentlichen Arena ist mehr erlaubt als im unmittelbaren Umgang. Aber ganz durchgesetzt hat sich das offensichtlich noch nicht. Doch, in vielen Urteilen haben die Gerichte, viele Entscheidungen der Obergerichte haben die Untergerichte belehrt und haben gesagt, ihr müsst freiheitsliebender sein. Wir sind nicht mehr im 19. Jahrhundert, wo man zensiert und die Meinungen unterdrückt, sondern Meinungsfreiheit heißt auch auszuhalten, schrille Töne, harte Kritik, auch etwas, was drüber geht. Das heißt nicht, dass wir Hass im Netz fördern sollen. Aber in der politischen Arena darf man sich sozusagen auch ein bisschen kitzeln. Und das hat der oberste Gerichtshof in vielen Entscheidungen immer wieder klargestellt. Er ist auch immer wieder dazwischen gefahren mit außerordentlichen Rechtsmitteln und hat eigentlich, finde ich, in den letzten Jahren durchaus eine pressefreundliche Judikatur entwickelt. Und seit einiger Zeit habe ich das Gefühl, erleben wir so einen Backlash. Wir haben das erlebt, die Tierschützer haben die Firma Spar kritisiert für Vollspaltenböden und haben aus dem Spar-Logo und mit Transparenten so Blut tropfen lassen. Sie sind verurteilt worden, es ist jetzt aufgehoben worden. Wir hatten kürzlich einen Mindestpensionisten, der vom Gernot Blümel verklagt wurde, weil er gesagt hat, die ÖVP ist korrupt. Und die Richterin hat gesagt, das Wort korrupt gibt sich für die ÖVP nicht frei und hat den Mindestpensionisten verurteilt. Der hat dann letztlich auch wieder gewonnen. Jetzt vor kurzem ist der Kollege vom Standard, der Fabian Schmidt, hat sich dagegen gewehrt, als politischer Aktivist bezeichnet zu werden. Und der Standard hat sich dagegen gewehrt, dass man ihm vorwirft, er würde es mit der Berichterstattung nicht so genau nehmen oder eine korrekte Berichterstattung sei es sozusagen nicht das Ziel des Standards. Die haben wir auch jetzt verloren. Also man merkt, da schwimmt ein bisschen was. Und der Fall markiert aber für mich schon eine Ignoranz gegenüber auch beißendem Spott, den man aushalten muss. Aus deiner Sicht ein Fehlhotel? Aus meiner Sicht ein Fehlhotel. Ich glaube auch nicht, dass es halten wird. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es gibt jetzt das Oberlandesgericht, dann gibt es noch den obersten Gerichtshof, der dazwischen grätschen könnte. Es gibt letztlich noch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Aber in dieser Form eine Uminterpretation vorzunehmen, um dann zu sagen, das ist aber arg, was du behauptest, das geht zu weit. Was vielen noch interessieren wird, was ist eigentlich mit den vielen tausend Euro im Kofferraum des Autos von Strache passiert? Weiß man das? Nein, man weiß. Also dieser Herr Schellenbacher, das war der Abgeordnete, der ist dann ins Gefängnis gewandert und man weiß, dass dieses Mandat gekauft wurde. Das war noch nicht strafbar. Und das war das Geld? Das war damals nicht strafbar. Darum ist das Verfahren eingestellt worden. Strache selbst hat ja kein Verfahren bisher... Nein, bei Strache gibt es mehrere Äste. Strache ist in zwei Verfahren freigesprochen worden, wo es darum ging, dass Parteispenden geflossen sind für Gesetze. Und da hat die Justiz gesagt, dass man im Zweifel nicht feststellen kann, dass die Parteispende geflossen ist, damit er sich für dieses Gesetz einsetzt. Was noch läuft, ist die große Spesenaffäre. Also die Frage, ob er in die Parteikassa gegriffen hat für private Zwecke. Und da ist es interessant, dass der Heinz Mayer, den man immer wieder so in die Linke Reichshälfte tut, ein Gutachten erstattet, dass die... Verfassungsexperte. Verfassungsexperte, ein Gutachten erstattet, dass die FPÖ das Recht hat, also dem Strache diese Spesen zu ersetzen. Weil das sozusagen, wenn man einen Playboy haben will, als Zug fährt, dann kann man ihm auch sozusagen dieses Leben vergönnen. Das steckt relativ lang schon. Und dann gibt es sozusagen noch die Ermittlungsstränge, selbst im Ibiza-Verfahren. Also trotzdem, Schäuber ist verurteilt worden nach Ibiza, aber Strache ist nicht verurteilt worden. Also wenn ich es jetzt polemisch zusammenfassen würde, könnte ich sagen, der Kripo-Chef hat in der Ibiza-Affäre bis jetzt zwei Verurteilungen zu Wege gebracht. Die eine ging den Herrn Hessenthaler, der das Video gemacht hat. Der wurde verurteilt zu dreieinhalb Jahren wegen eines Drogendelikts. Auch dieser Prozess, wir haben, man kann das in den Podcasts nachhören, war höchst umstritten, weil es hier nur zwei sehr beeinträchtigte und von einem Novomatic-Lobbyisten bezahlte Zeugen gab. Und das zweite Verurteilung ist der Kabarettist Schäuber, der sich über diesen Kripo-Beamten lustig macht, der so dünnhäutig ist, dass er das einklagt und die Bestrafung des Kabarettisten fordert, weil er sagt, jetzt lässt er sich es nicht gefallen. Die Hoffnung auf den Rechtsstaat des Florian Kling, die beruht dann letztlich auf der europäischen höchsten Gerichtsebene. Ich glaube, man muss, wenn man das jetzt selbstkritisch reflektiert, natürlich sind Journalisten oft schnell im Urteil und teilen aus. Und sie sollen auch nicht beleidigt sein, wenn man sozusagen in einer öffentlichen Debatte zurückschlägt und die Medien kritisiert. Ich habe kein Problem, ich bin sehr oft mit dem Anwalt von Karl-Heinz Krasser oder jetzt mit dem Einhäter sehr oft in öffentlichen Diskussionen, wo wir uns harte Bandagen tiefern. Ich finde, dass die Strafverteidiger der Korruptionsverdächtigen und die Journalisten, die sollen hart miteinander ringen. Die Frage ist, muss ich einen Kabarettisten, der eine aus meiner Sicht relativ harmlose Pointe setzt, nämlich bauen wir dem Kripo-Chef ein Denkmal, weil wenn er ermittelt hätte, Werder Hessenthaler hätte ja nicht zur Videokamera getroffen, ob man das wirklich mit den Methoden des Strafrechts ahnden muss. Danke Florian. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören. Von Florian Schäuber über Florian Schäuber lesen Sie immer wieder im Falter, ein Abo-Maudes-Falter. Bestellen Sie am besten im Internet über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audio-Technik in dieser Sendung. Danke Philipp. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.